Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead 400 Days. Heute geht es weiter mit dem Russell. Er sieht aus wie ein frischer Abgänger der Schule, der Universität. Schauen wir uns doch mal den Kerl an, was er denn so erlebt hat. Bis zur Apokalypse. Russell, Tag 184. Okay, da sind wir schon spät drin, ohne langes Gerede, ohne viele Zwischensequenzen. Es scheint so, als wäre der liebe Russell alleine unterwegs. Irgendwo Richtung Texas, würde ich jetzt behaupten. Denn ich denke, ich habe so das Gefühl, dass mir Texas gar nicht mal so schlecht lag, wo die ganzen Charaktere sich befinden. Russell, was hast du denn im Rucksack? Ein Hmm hast du drin? Zu viele Dosen, ja, sei da froh. Irgendwann sind es zu wenig Dosen. Eine Karte hast du, zeig mal her. Ich denke, es ist ca. 60 Kilometer, ich denke. Das ist kein Scheiß. Ich muss da einfach kommen. 63 Kilometer zu gehen. Okay, bei 7 Mile. Hä, okay. Ich sage mal dazu nichts. Ein Baüme. Ja, ihr merkt schon, in den deutschen Texten, da sind ein paar Rechtschreibfehler drin. Ich habe auch mal gehört, dass das ein Fanprojekt sein soll. Dass da jetzt irgendwelche, weiß nicht, Freiwilligen sich das Spiel jetzt angenommen haben, das übersetzt haben. Und ja, ich denke mal, Baüme wüsste jeder, was er sein könnte, ein Baum, ne? Ah, ich vermisse die Tage, die sich die Körperschreibungen angenommen haben. Okay. Eine Abkürzung, ja. Abkürzung gibt es ja, scheint nicht. Wie ist ein toter Walker? Hey! Du kommst? Gut. Okay. Wobei, ich würde dem trotzdem nicht so trauen. Wir wissen ja alle, was Zombies... Die sind ganz schön hinterlistig. Ich sollte wahrscheinlich schnell schnell gehen. Ich verstecke mich. Oh, oh. Oh. Yuck. Fuckin' gross, man. Ich sehe dich da unten, mit deinem Freund. Das ist gross, Mann. Ich glaube, ich werde nicht verletzt, was du mit einem totem Körper tun kannst. Wie du deinen Kissen machst, wißt du? Ich bin nicht egal, was du mit dem Körper machst. Ich war es nicht. Was ist dein Name? Es spielt keine Rolle. Was? Du magst das Name, Russell? Oder vielleicht ist das nur der Name des Mannes, die du oder deine Freunde verabschiedet hast, hm? Ich weiss nicht, wer von dir verabschiedet ist, wenn du das gemacht hast. Vielleicht bist du in einer Gang, die dich verabschiedet hat. Ich weiß nicht. Sind du in einer Crew? Du hast ein paar Jungs, die mit Hütteln tragen, die ich mich überraschen muss. Na gut, er hat uns sowieso schon ein Laft, also... Die Wahrheit. Nein, ich habe es nicht. Okay, gut. Ich mag nicht die Füße. Geh in den Auto. Du wirst hier essen, sonst werde ich Angst. Komm, los. Ich werde nicht lange warten. Willst du mich zur Staatsbürger? Ich versuche, mich zu meiner Großmutter zu kommen. Schau, sie liebt, die Party? Just geh in, wir kommen da. Oder irgendwo, inzwischen. Name ist Nate, übrigens. Danke, dass du das fragen hast. Du wütend? Äh... Hier geht's. Ich bin straight, danke. Du bist nicht gut, bist du? Das ist der fucking Apocalypse. Das ist, wie... nichts. Nein, ich bin einfach gut, okay? Okay, okay. Du willst mir erzählen, wo du kommst, zumindest? Du musst mit einem Crew. Du hast einen Teil-Back, wo du kommst? Vielleicht kommst du dich weg und mach ein Double-Back. Keine Ahnung. Verdammt! Ich habe meine Frage retraten. Es war eine Mädchen, die ich liebte, richtig? Die Argumentation in Semantik, Russ. Gib dir einen Freund die Dete. Okay. Es waren sieben von uns. Ich hatte keine Familie dort. Sie waren alle meine Eltern, in Statesboro. Da war ein Vater, die eine Frau von mir war. Ein Mann sagte, er war ein Fisch. Aber niemand glaubte ihn. Dann ein Lehrer und seine Frau. Der Trainer war dieser Mann, Steve. Geh zurück zu der Frau. Steve war ein schlechtes Mann, aber jeder war mit ihm. Er sagte, sie war die magische Nummer. Also, wir haben keine jemanden in der Gruppe. Wenn wir die Survivoren gefunden haben, dann war es das gleiche. Er... 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 Wer wird mich selbst?! Sie war dann mal so nah wie so neu zu seine Herz. Na, warum? ент bl Ahmad? T exh Adrian anz15 mимости. Was wer G nih? Es kam Sl lassen bevor sie war ins Hohe. Was? Ah... bettersehen! Skчит нам super fun Tagen!? Oh, helf! Wenn du sagst 5, werde ich flippen. 10, okay? 10, du Psycho! Ja, das ist was ich spreche. Was ist das? Verdammt. Würdest du das laden? Die Kugel sind in der Klappe. Alter, was muss ich hier, ey? Ohne Scheiß. Let's look for some supplies in here. See if we can fill up while we're at it. Don't be mad. Okay, bleib. Du bist so schade. Okay. Oh, schade! Go! Ross! Get the fuck down, man! You don't wanna be there! Get to the truck! I'll cover you! Ummm... You got bullets this time? Don't think about it, just run! I'll keep his fucking head down! What happened to... I'll cover you! Look how good you did! I don't know, man. Fuck, we're screwed! You haven't been shot at in 3 months? Come on, kid, look at me! Ah, come on, was I was... This is no big deal. We got this. Okay? Okay. First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. Okay, I know where he is. See? Easy. Now we know where he is, and we can fucking get him. Alright. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. It's in neutral. Just keep your head down. Shit! Just keep pushing! Shit! Shit! Push! That's the end of the road. Yeah. What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Seriously this time. I'm not fucking around. You're gonna cover me? If we get to that car, we'll be out of the line of fire. Here. What? You can cover me first. I'm not fucking around. If you cover me, then I'll cover you. But if you want to go first, that's fine too. Okay, let's go. You go first. Just shoot at the window and keep that fucker's head down until I get where I'm going. Then throw me the gun, and I'll do the same. Ready? Yeah. You ready, Russ? Cover my ass now. Remember, don't stop shooting. Fire! Alright, throw me the gun, and I'll cover you. Go! Good job! Now what? We get over there, and we should be good. Go! Okay. Oh fuck. Thanks. We're not done yet. Let's see if we can get in around back and sneak up on this asshole. Follow me. Man, what are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us. Russell. Relax, man. When this is over, we're gonna take what we can, head on down to your grand's, and have a big old home cooked meal, alright? Come on. Hey, warte mal. Okay, it's clear. Keep your head down. Ahhhh. You got it? If you clicked, it's okay. Alright. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. You hear me? Not a fucking beep. Let's go. Okay. 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 I see him. Check through the window. See if there's anyone else. I think I saw a guy. No shit. Ne, it's not. I'll cover you. Oh, I sneak up. Just jump out and grab him. Your goal. Oh. Walt! Oh. Get the fuck out of here, you monsters. Whoa, gramps. I told you not to come back here. Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook. First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Bullshit! You came back to finish us off and take all our food. You've lost your goddamn marbles. She's dying and now she can see your face. Shut up. We've never been here, sir. Then who shot my wife? Wasn't us. You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please just get the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Are you serious? Maybe. Why not? That's fucked up. There are real fucking monsters out there. No shit. And you're just gonna joke about the shit I've seen. Fuck you, Nate. I saved your ass. You didn't do shit. Easy, Russ. I'm not hurting no one. And don't you hurt these people either. Come on. Can we still be friends? No. Okay. That's all with Russell. Eh. Sehr eigenartig. I got it in the last moment. I got it in the last moment. I got it in the last moment. That it wasn't the group. It wasn't the group. It wasn't. Because if we remember to add to Folge 2. She said. That at the end of the time of the Kneipe. Also there, where the old lady was. That there was a Bloopfake. And they didn't know where this Bloopfake came from. I think. That it was this Bloopfake. Also from the old lady. And. Yeah. What we don't know is. Wohin. 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 Die Leichen gebracht worden sind. Also. Sie sind ja tot. Wie man hören konnte. Nate hat sie erschossen. Und. Ja. Also. Waren's gar nicht die beiden. Die diese Gruppe da. Aufgeschmissen haben. Das waren dann praktisch doch andere Leute. Vielleicht ist es ja wild. Aber den schauen wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Die dann wieder morgen um 13.30 Uhr erscheinen wird. Ich hoffe ihr seid wieder mit dabei. Und. Ja. Bis morgen. Und hab noch einen schönen Tag. Bis bald.